Liebe Fettspielen-Community, es geht los. Wir sehen Dennis, wie er zum ersten Mal ein Google Glass Game spielt, developed von Hugo Games on AMA, hat das Ganze gepublished und das ist ein Wahnsinnskracher hier und Dennis wird jetzt hier das spielen, was er vor seinem geistigen Auge projiziert sieht und es geht los. Dennis, benutze das Touchpad hier an der Seite deiner Google-Brille und wir sehen hier per Screencast auf dem Smartphone, was passiert. Der Sinn und der Zweck von Escape ist es, dass er sein kleines Männchen hier von A nach B bewegt und er darf nur noch einen Stein lassen. Also es geht los. Dennis, Walte deines Amtes. Du hast jetzt gerade das Spielfeld im Gesicht sozusagen, das ist schön. Okay, soll ich mich vielleicht etwas verziehen? Wie statt es nicht? Okay, alles klar. Das ist echt interessant. Dennis sieht das jetzt tatsächlich ja projiziert und wird es jetzt so spielen, aber wir sehen durch Screencast zum Glück das ganze Spiel nicht nur durch Dennis' Augen, sondern hier auf dem Smartphone drauf und das ist echt wahnsinnsgeil. So, jetzt musst du Dennis mal schauen, ob es dann links nach rechts geht. Die Steuerung, ja, du hast schon einen gemacht. Okay, und auch? Nächster Schlein. Nächster Schlein. Alles klar. Oh ja, nächster Level bist du, glaube ich, jetzt schon. Jetzt bist du ein bisschen trickiger. Jetzt muss ich mich wieder daran erinnern. Die Steuerung ist super lustig. Ich habe mir überhaupt vor, wie soll ich ein Smash eigentlich hier? Geil. Du bist, glaube ich, genau... Oh ja, doch, da geht. Oh ja. Ja, sehr schön. Wir sehen, wie Dennis hier sich da weiter von Stein zu Stein bewegt. Er hüpft von A nach B hervorragend und er hat den Level geschafft. Applaus für Dennis! Wuuuuh! Awesome! Sehr geil! Und normalerweise, das wird uns erzählt von AMA, kann man das Spiel auch mit der Stimme, also mit der Voice-Recognition spielen. Aber hier auf der Gamescom ist sehr laut. Deswegen machen wir das Ganze hier mit den Touch-Controls. Und das scheint ja wirklich sehr, sehr gut zu laufen. Nehmen wir das jetzt so den Trick, das fällt jetzt mal runter. Absolut geil! Ah, yeah! Komm, den Level nehmen wir noch mit. Und das war's. Google Glass Game, Hugo und Amey. Einfach nur geil!